Schlangen, Vogelspinnen und Co. kennen die meisten nur aus Tierdokumentationen im Fernsehen. Doch am 1. Märzwochenende gab es die Möglichkeit, einmal einen ganz anderen Zoobesuch zu erleben. Rund 200 exotische Tiere aus aller Herren Länder wurden in einer Wanderausstellung präsentiert und ermöglichten den Besuchern des Bergenburger Kurhauses aufregende Einblicke in die faszinierende Artenvielfalt der Reptilien. Neben Leguan, Spinnen und Schildkröten war unter anderem auch ein Alligator und eine 6 Meter lange Tigerpython zu bestaunen. Manche Tiere konnte man nur auf sich der Pfleger hautnah erleben und sogar berühren. Einer der Tierpfleger ist Felix Kendler. Er ist Mitglied des Familienbetriebes der mobilen Reptilienausstellung und kümmert sich Tag für Tag um die Bedürfnisse der Tiere. Dass dies kein leichtes Unterfangen ist, dürfte wohl jedem klar sein. Für uns erläuterte der langjährige Reptilienbesitzer, was man bei der Haltung der Tiere beachten muss. Es ist sehr aufwendig. Viele Leute unterschätzen das immens. Die denken, wenn man einer Schlange einmal im Monat eine Maus gibt oder einmal in der Woche eine Maus gibt, das würde ausreichen. Das ist natürlich nicht so. Man muss da täglich schauen. Die Temperaturen müssen stimmen in den Terrarien, die Luftfeuchtigkeit muss stimmen im Terrarium. Das Futter, das Wasser muss täglich gewechselt werden. Natürlich muss man schauen, dass kein Kot oder Urine im Terrarium ist. Also es ist schon sehr pflegeaufwendig. Es ist nicht so einfach, wie es viele Leute denken. Um die Pflege und Zucht der einzelnen Reptilien zu optimieren, plant Felix Kendler gemeinsam mit seinem Cousin, einen Reptilienzoo nahe Turgau zu eröffnen. Wir haben hier einen amerikanischen Mississippi-Alligator. Dieses Tier ist etwas über sechs Jahre alt. Ein Männchen, unser Ali, so heißt er, ist knapp 1,80 Meter lang. 45 Kilo schwer. Ja, noch lange nicht ausgewachsen. Diese amerikanischen Alligatoren können ziemlich groß werden. Fünf bis sechs Meter ist da durchaus drin. Also Maximallänge von sechs Metern können die erreichen. 500 Kilo, fünf bis 600 Kilo können die erreichen. 80 Jahre alt werden. Die Resonanz auf die Reptilien-Ausstellung war auch dieses Mal wieder sehr groß. Leider müssen die Betreiber der Ausstellung immer wieder feststellen, dass nicht fachkundige Personen selbst probieren, exotische Tiere in den eigenen vier Wänden zu halten. Doch dies ist kein leichtes Unterfangen. Viele Leute unterschätzen das immens. Die denken, wenn man einer Schlange dann einmal im Monat eine Maus gibt oder einmal in der Woche eine Maus gibt, das würde ausreichen. Das ist natürlich nicht so. Also man muss da täglich schauen. Die Temperaturen müssen stimmen in den Terrarien. Die Luftfeuchtigkeit muss stimmen im Terrarium. Das Futter, das Wasser muss täglich gewechselt werden. Natürlich muss man schauen, dass kein Kot oder Urine im Terrarium ist. Also es ist schon sehr pflegeaufwendig. Es ist nicht so einfach, wie es jetzt viele Leute denken. Nachdem nach der zweitägigen Ausstellung in Bernburg die Terrarien wieder abgebaut wurden, ging es für die rund 200 lebenden Reptilien zurück zum privaten Reptilienzoo nach Döbrichau. Ab dem 5. Mai lohnt sich ein Besuch auch in dem kleinen Ort nahe Thurgau. Denn dann wird dort auf einer Fläche von mehr als 8.000 Quadratmetern Europas größte Reptilien-Sammlung zu sehen sein. Das ist ein Besuch.